Hallo meine Lieben, ich bin der Rudi aus Niederbayern. Ich wollte euch einfach nur mal mitteilen, wie ich zu Christina gekommen bin, wie ich mit ihr gearbeitet habe und warum ich überhaupt zu ihr gekommen bin. Ich hatte vor fünfeinhalb Jahren einen Hirntumor, der in der Universitätsklinik in Erlangen zum Glück gut beseitigt worden ist. Es ist keinerlei Rückstand mehr da, es funktioniert wieder alles. Ich hatte zwei Monate lang eine facialis parese, das bedeutet, die linke Gesichtshälfte war gelähmt. Mir ging es zu dieser Zeit echt komisch und dreckig, aber ich habe es wieder geschafft. Damals kannte ich Christina noch nicht mit ihrer Arbeit, ich bin später erst so drei bis vier Monate danach zu ihr gekommen, weil ich wissen wollte, ob alles heraus ist und ob so ein Anfall oder so ein Tumor wieder kommen könnte. Ich hatte dann die erste Sitzung bei ihr. Die Sitzung dauerte über drei Stunden, ging gleich extrem tief. Ich war total geflasht von ihrer Arbeit. Kurze Zeit darauf habe ich dann einen Kurs mit ihr gemacht, der ging dann über drei Tage. Wir waren dann in einem Wellnesshotel und das war hervorragend und mir ging es von Tag zu Tag immer besser. Ich konnte diesen Tumor bezwingen. Er ist jetzt raus. Ich weiß jetzt auch, warum er gekommen ist, welche Auslösungen und Auswirkungen er hatte. Ich kann jedem nur dringend empfehlen, erstens einmal dieses Buch zu kaufen, das durchzulesen und durchzuarbeiten. Ich weiß, es ist schwierig. Du kämpfst mit dir selbst und deiner Angst. Diese Angst ist aber völlig unbegründet, denn du hast eigentlich nur Angst vor dir selbst. Es geht immer nur um dich, um deine eigenen Gefühle, deine Ängste, deine ganzen Sachen, die du über die ganzen Jahre lang mitgeschleppt hast, aufzuarbeiten bzw. aufzulösen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich fast ziemlich viel kann. Ich kann selbst Rückführungen mit mir selber machen, wenn es mir die Engel erlauben. Ich kann nach vorne schauen. Ich kann auch sehr gut nach hinten schauen. Ich habe mein Leben komplett im Griff. Es hat sich alles komplett anders gewandelt. Es ist alles anders geworden. Ich gucke viel, viel mehr auf mich selbst. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Auch diese CD, die sie jetzt rausgebracht hat, mit dieser Komplettreinigung. Ich habe das ja schon zuvor gekonnt, weil ich es ja auf einem Lehrgang bei ihr gelernt habe. Ich mache das fast täglich und manchmal auch zwei oder dreimal am Tag. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Auch diese Live-Chats, die sie jetzt macht im Internet, sind hervorragend. Ich war gerade jetzt erst wieder dabei bei dieser magischen Wunscherfüllung. Es geht. Man muss sich nur trauen und das habe ich jetzt mittlerweile festgestellt. Es hat jeder nur Angst. Angst, einmal etwas auszuprobieren, einfach mal was zu machen, was er sonst nie machen würde und dann aber mit dem Resultat so zufrieden ist, dass er gar nicht mehr weiß, okay, was nehme ich jetzt als nächstes und so weiter. Also, ich wollte nur sagen, mir geht es jetzt super. Ich bin wieder ganz der Alte, sogar noch besser als früher. Irgendwie musste ich den Engeln dankbar sein für diesen Tumor, damit er mir die Augen geöffnet hat und vor allem meinen Verstand. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Probiert es aus. Macht es und testet einfach mal euch selbst. Wie weit würdet ihr selber gehen und geht eure Probleme an. Schiebt sie nicht auf, sondern macht was daraus. Jedes Problem hat eine Ursache und jedes Problem ist zu lösen. Jedes. Wirklich jedes. Okay, ich wünsche euch alles, alles Gute. Die, die mich kennen, die werden jetzt applaudieren, weil sowas haben sie jetzt auch noch nicht gesehen. Ansonsten, ich arbeite weiter an mir selber und versuche anderen auch zu helfen. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf irgendeinen Fortbildungskurs bei der Christina oder vielleicht auch irgendwo anders. Okay, ich wünsche euch alles, alles Liebe und alles, alles Gute. Tschüss. Jetzt ist ihm gut. Vielen Dank.